Erbsen, Möhren, sie bestreiten wie jedes Jahr zu Erntezeiten, die Famosa hat's auf einen Dosenplatz, auf einen Dosenplatz. Bonduelle lässt nur die feinsten und das sind die zarten, kleinsten in die Dosen rein. Famosa ist extra fein, Famosa ist extra klein, ja, Bonduelle ist das Famosa Zartgemüse aus der Dose. Bonduelle.